weiter geht's an unserer neuen putze die schmiede wir müssen das zu sehen dass wir die tiere da nicht unbedingt rein kriegen okay ach so die kloster und dinge komme ich denn nachher über die pyramide muss ich da reingehen hier fielen noch zwei wer stimmt denn hier immer so ok zu einer sind wir uns mal merken ich glaube das glas nehme ich tatsächlich weg und wo da auch gitter hin so machen wir das nur schnell habe ich also doch richtig hört wo steckt er er muss draußen sein wenn er fast verbrennt oder folgt er uns irgendwie unterirdisch das wäre natürlich krass so theoretisch könnten wir die decke hier teilweise mit nutzen die vorhandene komm ich da noch irgendwie hoch wie kommen die zöde alle klar so sind also die alle entwischt sehr gut in der männer oder steckt okay also hier könnten wir durchaus eine verbindung schaffen zum beispiel so ich weiß bloß noch nicht wie ich weitermachen jetzt mal hier die mauer rein simmeln so 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 ich denke es ist besser wenn wir tatsächlich nur bis hier bauen und hier könnte der bereich werden wo wir dann runter gehen ich muss aber auf jeden fall keine wand hin also zwangslöffelchen zum ich hätte eine kleine idee wieder mal gucken ob wir das so umgesetzt kriegen auf jeden fall brauchen wir erst mal treppen schon mal eine werkbank mit und vielleicht gleichen dürfen aber ich brauche lava brauche ich irgendwie sowieso und das ein schmiede ist muss ein bisschen lauren so was würde ich jetzt holen jetzt ernsthaft naja die werkbank der dürfen bloß blöd dass die glöcke eigentlich wieder alle sind ich gerade gar nicht ob wir noch was im meter haben oder ob das komplett auch schon leer ist oder nicht das bett kommen wir erst mal hierhin stellen öfen ist der grin so ich mache jetzt erst mal nur acht das kann ja von mir erst mal so bleiben wenn wir die höhe hier aber beibehalten dann müssen wir hier dicht machen lieber schlafen genau das wollte ich ungefähr so haben und hier können dann die anderen blöcke hin in diese schluss was ich so gemacht habe werde ich auch noch mal die treppen können genau so wollte ich dort haben machen wir es mal ein feckchen hin theoretisch müsste ich dann hier auch erst mal freie räumen ich habe das ist es ist das ist die lichtiger muss man noch irgendwie bekriegen theoretisch scheiße die 2 können wir trotzdem lassen hier würde ich jetzt quasi damit es nicht so doof aussieht eine raumabtrennung machen so wir hätten wir erstmal die verdeckt und jetzt muss man definitiv in den meter dann mal gucken ok dann abmarsch so 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 normaler granit zack 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 sehr gut so 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 wir hatten tatsächlich nichts mehr ja was soll ich jetzt eigentlich mit klar war wenn ich ja eh noch nicht weiß damit machen so kacke ok dann müssen wir wohl oder übel bisschen was abbauen schnauze aber das machen wir dann erstmal zum beginn der nächsten folge spitze bedanke mich bis dann bis dann bis dann